Okay, Izzy, noch ein Stückchen weiter geradeaus und dann werden wir an der großen Insel vorbei, sodass wir seitlich andocken können. Kriegst du das hin? Ja, 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 äh, ich glaube, wir stecken fest. Wieso stecken wir fest? Wir stecken fest! Izzy, bist du in den Baum geflogen? Ronja, du hast meine Brille vergessen, das kann doch nicht werden. Du hast gar keine Brille! Ich hab gar keine Brille, vielleicht brauch ich eine. Ha, let's go! Let's go, der Schatz ist bestimmt hier. Ich hab einen Kompass. Spring! Okay, ah! Spring! Oh mein Gott, das ist so gefährlich hier. Was würde ich runterfallen? Guck mal, der Kompass, der zeigt fast in diese Richtung. Hier muss irgendwo der Schatz sein. Ich weiß es ganz genau. Ja, wir sind hier richtig. Komm, wir können noch weiter fliegen. Ja, aber wo sind wir denn hier gelandet? Wir wollten überhaupt nicht hin. Wir wollten nur noch viel weiter. Wir sind auf der Kase, nur noch ganz am Rand. Auf der Kase? Zeig mal her. Hier, bitteschön. Wir sind... Ach komm, den Rest können wir doch rein machen. Guck mal, hier ist überhaupt nichts. Oh, rüberfliegen. Hier ist irgendeine... Guck mal, daneben ist noch eine Insel. Hier sind überall schwebende Inseln. Das ist nicht, wo der Schatz sein soll. Oh, es ist voll schön hier, oder? Oh, es ist wirklich ganz schön hier. Es ist eine mega schöne Insel. Aber... Ey... Ist doch kein Schatz. Aber... Bei dir ist ja schön, dass du uns hier hinabigiert hast. Hier ist ein Baum. Hier wachsen goldene Äpfel am Baum. Guck mal. Die Insel ist wirklich hübsch. Ja, ja. Du kannst die Äpfel einfach flücken. Wo sind die hier? Ist hier irgendjemand anders? Ja, ich hab goldene Apfel. Echt? Oh, warte. Ja, ja, guck mal hier. Willst du auch rein? Ich will auch rein. Ja, ich versuche ihn zu flücken. Ich versuche ihn dir ab. Äh, bitte. Er liegt auf dem Boden. Oh, ja, danke. Passiert. Okay, nein. Oh, warte, ich hab noch einen. Ich hebe mir meinen auf, glaube ich. Ich hab meinen gebrudert. Ja. Super. Oh, da hinten sind noch mehr Apfelbäume. Schau mal. Oh mein Gott, das ist voll hübsch. Und Beeren. Hier kannst du beeren. Und dann verhungern wir nicht. Ich meine, immerhin hast du uns auf eine gute Insel gestrandet. Gestrandet. Wir wären auf so einer Feuerinsel gelandet. Ohne Essen. Einfach nur mit Tod. So, also wir müssen jetzt gucken, wo der Schatz ist, oder? Ja, ja, okay. Siehst du irgendwo auf deinem Kompass? Was zeigt der in der Richtung? Ist der irgendwo ein Kreuz? Ich weiß ja nicht, ob ich Richtung Rot oder Schwarz laufen muss. Und irgendwie zeigt er die ganze Zeit irgendwie ganz wild umher. Oh mein Gott. Das ist voll merkwürdig. Wir sollten vielleicht erstmal irgendwie ein paar Baumaterial finden. Oder Kohle, dass wir weiterfliegen können. Das klingt nach einem Plan, aber ich glaube, was ist das hier? Ich glaube, wir können ja. Oh, hier scheint irgendjemand zu wohnen. Hier wohnt jemand auf der Entschung? Ja, ja, guck mal, hier ist ein Fernrohr. Oh, wie schön, krass. Oh, warte, was ist das? Da liegt ein Buch, oder? Warte, ich hab's bekommen. Hier ist ein Buch. Tagebuch. Oh, okay. Jägerforschungstil hier. Tag 5. Die Zebras müssen noch eine Weile warten, bevor sie meine Sammlung vervollständigen können. Heute mache ich mich erstmal auf zu den Tigern. Die geben einen schönen Farbkontrast. Okay. Tag 6. Ich habe mein neues Betäubungsgewehr bekommen. Wird Zeit, das direkt auszuprobieren. Tag 7. Ich habe geträumt, dass meine Sammlung schon fast vollständig ist und ich in meiner Halle voller ausgestopfter Wildtiere stehe? Das hat mich nur umso mehr motiviert, jetzt richtig loszulegen. Tag 8. Die Biester von Nashörnern haben mein Betäubungsgewehr zerstört, aber ein neues, besseres ist schon auf dem Weg. Euch werde ich's zeigen. Das war's. Junge, das klingt ja gar nicht gut. Das klingt überhaupt nicht gut. Ronja, das hier ist ein Jägerforschungstisch. Lies mal. Und hier ist so ein Fernrohr. Ich weiß halt nicht, was das hier ist. Hier sind wahrscheinlich irgendwo wilde Tiere, oder? Wilde Tiere und so ein Typ jagt die Tiere und will die ausstoppen, oder was? Aber der will die alle einfach töten. Der will die nicht in den Zoo tun. Der will die in so eine Halle stellen, hat er hier geschrieben. Oh mein Gott. Ja, das ist ja voll gewuselig. Das ist mir eigentlich gut. Nee. So, der ist hier noch in der Nähe? Vielleicht beobachtet der immer durch das Fernrohr die Tiere. Vielleicht auf den anderen Inseln? Sag mal. Das könnte sein. Oder sind hier auf der Inseln. Ich hab hier noch keine Tiere gesehen. Nee, ich auch nicht. Warte, ich... Willst du das Buch mal? Willst du mal durch das Fernrohr gucken? Ich guck mal durch das Fernrohr. Guck du mal durch, genau. Okay. Siehst du was? Ich weiß nicht, wie wir... Oh, warte, da ist eine Kuh. Da ist eine kleine Kuh. Das ist eine Babykuh. Eine Kuh? Wo ist eine Kuh? Ja, da unten, da rand eine Kuh rum. Ja, ich seh sie nicht. Warte, warte, wir können die finden. Wo bist du? Wo ist hier eine Kuh? Da unten war eine Kuh. Da war eine kleine Kuh. Warte, hast du mich gerade als Kuh beleidigt? Nein, 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 nein. Du hast mich als Kuh beleidigt. Wo ist denn hier die Kuh? Hier ist keine Kuh. Da ist eine Kuh gerade. Ich bin keine Kuh. Ich hab dir gesagt, ich bin keine Kuh. Du bist doch keine Kuh, aber hier ist eine Kuh. Ich bin eine Maus. Aber hier war doch eine Kuh. Siehst du auf meinem Kopf? Siehst du die Maus? Ich seh die Maus. Ja, ich seh die Maus. Ich seh die Maus. Hier ist keine Kuh. Doch, hier ist eine Babykuh. Ja, Junge, dann such halt deine imaginäre Kuh. Ich geh mir Bären pflücken hier. Ich geh mir Bären pflücken hier. Ich geh mir Bären pflücken hier. Ich geh mir Bären. Oh mein Gott. Ich will auch ein bisschen essen. Ich glaub dir kein Wort. Ich glaub dir kein Wort. Wieso glaubst du mir nicht? Ja, weil hier keine Kuh ist. Ja, dann lass nach oben gehen und wir gehen sie suchen. Warum würde ich dich jemand... Dann gehen wir halt ausgucken. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Dann haben wir auf jeden Fall einen guten Überblick. Ich hab die aus dem Wachtturm gesehen. Wir können doch mal rausgucken aus dem Wachtturm. Ja, wir können aber auch nach oben. Guck mal, hier sind so Leitern. Hier geht's nach ganz oben. Hervorragend. Vielleicht können wir von hier... Hier ist ein Wasserfall. Oh. Guck mal, hier... Guck mal. Warum? Ja? Auf so einer schönen Insel. Warum soll hier keine Babykuh wohnen? Kannst du mir das erklären? Nee, das kann ich dir nicht erklären. Das war klein, das glücklich. Aber vielleicht wohnt hier auch ein Schwein. Vielleicht. Vielleicht wohnt hier bald eine Maus. Vielleicht wohnt hier. Ich glaube, im Zweifelsfall wohnt hier eine Maus. Oh, wenn ich hier wohnen würde, würde ich da mein Haus bauen. Was? Ich glaube, ich würde meins ein bisschen weiter unten, da links, bauen. Oder? Da, wo die Bären sind? Da, wo die Bären sind. Ja. Also, ganz ehrlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn wir Kohle finden... Was ist denn das hier? Was ist das? Das sieht aus wie ein Waste-Zone. Äh, kann ich da irgendwo hinreißen? Ja. Warte mal, ich glaube, wir brauchen ein Level oder sowas. Vielleicht muss ich dich töten, dann krieg ich welche. Nein, bitte nicht. Warte, hier ist eine Kiste im Baum. Ah. Gut. Fall runter. Ist da was drin? Oh, warte, hier sind Level. Nice. Doch. Wahrscheinlich reißt hier vielleicht jemand so ab und zu oder so. Ich weiß nicht. Ich meine, wie viele brauchen wir? Ich habe jetzt 16. Äh, nee, die musst du... Es reicht eins. Es sind vier, gell? Ja, ja, es sind hier vier, glaube ich. Okay, dann nehme ich mal eins. Ja. Oh, ja. Vielleicht können wir jetzt reisen. Lass mal gucken. Sichere Insel. Okay. Okay. Äh, okay, hier ist eine Kiste. Hä? Was? Wo sind wir? Oh mein Gott. Wir sind auch auf der Fliegenwindensersil wieder. Oh, stimmt. Oh mein Gott, hier geht es überall runter. Aber das ist eigentlich ganz cool, oder? Dass alles einfach so fliegt und... Oh mein Gott, da geht es richtig. Alles sieht so anders aus. Was ist denn das? Da steht irgendwas dran. Guck mal. Er öffnet sich, sobald das erste Tier einzieht. Aber... Oh nee, das ist ein Zoo. Ist das so ein Tierpark? Das ist ein Zoo, da sind ganz viele Gehege. Oh ja. Warte, wir können die Tiere von den Inseln holen. Weißt du, damit die nicht von dem Jäger erwischt werden und die hier herbringen. Oh mein Gott, ja, und dann können wir die hier... Deswegen heißt es auch sichere Heimat für die Tiere. Ja, genau. Wir können die hier herbringen, damit die sicher sind vor dem Jäger. Und wir können die Kuh herbringen, wenn wir sie finden, die du angeblich gesehen haben willst. Ich hab die gesehen. Ja, ja, die Kuh, genau. Ich glaub, ich hab die gesehen. Die mag die Kuh, die läuft überall rum. Ich seh sie auch, da ist sie gerade. Oh mein Gott. Ja, von der, da, ich pack sie ein, ich steck sie ins Gehege. Nein. Guck mal, die Tür würde sich ja öffnen, ha? Wenn wir ein Tier dabei hätten, ja. Du bist eine Maus. Bin mir die Tür nicht, ja? Äh. Ich würde gerne hier, hallo. Öffne dich. Ich bin eine echte Maus, glaub mir doch. Ich würde die gerne ein Tierpark bringen. Es geht nicht. Es geht nicht schon, ja. Aber gut, dann müssen wir das machen, oder? Dann müssen wir das machen. Aber glaubst du mir, dass da eine Kuh war? Hm, naja, naja. Dann geht's wieder zurück auf die andere Hinsicht. Erst, wenn ich es mit meinen eigenen Augen sehe. Oh nein. Aber wir wissen doch, wie deine Augenlichtsfähigkeiten im Moment sind. Ich erinnere dich an unseren Eiswitzballon. Der steckt im Baum. Wie navigiert man in den Baum rein? Ja, es ist doch nicht so einfach, mit den Ohren zu gucken. Tut mir leid. Es ist nicht mal ein kleiner Baum. Man könnte sehen. Oh, wir können im Wasser verunterspringen. Okay. Warte, Ronja, ich hab ein Boot. Ich hab ein Boot gemacht. Wollen wir auf dem Boot runterfahren? Ja. Ja, lass machen. Okay, warte. Ich stelle es mal. Ich will nicht steuern. Komm rein. Komm rein in mein Boot. Okay. Hier. Und? Du bist vorne. Okay. Ich bin vorne. Los, du bist vorne. Oh mein Gott. Oh nein, nein, nein. Oh nein. Ich lande nie in den Bäumen. Warte, hast du es gehört? Ronja, ich hab was gehört. Was hast du gehört? Was hast du gehört? Ich hab hier was gehört. Im Wasserfall? Hier hat jemand langgelaufen. Keine Ahnung. Im Wasserfall. Okay, ich glaub ja, dass da eine Kuh ist. Aber im Wasserfall ist keine Kuh. Kühe leben an Land, Isi. Komm mal mit. Nicht im Wasser. Komm mal mit. Ja, ich komm. Hör auf zu reden. Okay. Warte mal. Was ist denn da? Oh mein Gott. Guck, da ist sie. Oh mein Gott. Du hattest recht. Ich weiß, es ist nicht recht. Kühe leben im Wasserfall. Stopp. Das ist eine Babykuh. Warum hast du das mitgenommen? Das ist nicht, was ich sagen wollte. Hallo Babykuh. Hallo Babykuh. Keine Angst. Nein, nein. Oh Gott, Ronja. Ich glaub, du erschreckst. Äh, warte. Ich geb dir eine Mango. Wir wollen nichts Böses. Friss. An die kommst sonst nicht ran. Oh, okay. Magst du Mangos? Und Stachelbeeren. Hier, diese könnten Pixies sein. Ich geb sie lieber zurück. Oh nein. Tut mir leid. Oh nein, sie hat sie schon gegessen. Oh oh. Sie hat uns gerade angezwinkert. Hast du das gesehen? Oh ja, die blinzelt so süß. Kannst du noch mal blinzeln? Blinzeln uns an. Wenn du uns verstehst. Oh mein Gott, sie hat uns angeblinzelt. Hast du das gesehen? Ja. Vielleicht versteht sie uns. Meinst du, sie versteht uns? Ich glaub schon. Kannst du uns verstehen? Sie hat geblinzelt, Ronja. Ja. Sie redet. Oh mein Gott. Okay. Wie wollen wir sie nennen? Äh, Blinky? Wollen wir sie Blinky nennen? Das macht nur gut, weil sie blinzelt. Absolut. Oh mein Gott, Blinky ist so süß. Hier, nimm noch eine Mango. Möchtest du noch? Ja, sie hat schon wieder. Oh, sie ist so niedlich. Warte, da geht's nicht weiter. Wollen wir gucken, was da noch ist? Hier ist noch. Ja, können wir machen. Keiner weiterer Teil. Wollen wir die Kuh nicht ins, äh, in den sicheren Hafen bringen? Wollen wir? Weiß ich nicht. Blinky, möchtest du in den sicheren Hafen oder möchtest du nicht in den sicheren Hafen? Äh, bei, bei, äh, ja, blinzelt keinmal. Bei nein, blinzelt... Oh, sie will nicht. Oh, sie will nicht. Sie will nicht? Bist du nicht sicher? Blinzelt nochmal, wenn du nicht willst. Ich mein, sie hat ja ihr Heu hier. Sie scheint nicht zu wollen, oder? Nee, nee, ich glaub, sie will nicht. Okay, Blinky, kein Problem, du kannst gerne hierbleiben. Ähm... Ich mein, wir sind ja da, wir können sie beschützen, Frau Jäger, hier. Absolut, ja, ja. Hier kann dir nichts passieren, wenn wir da sind. Das heißt, wir müssen uns ein Haus bauen, Ronja. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie ein Haus. Ich baue mir ein eigenes Haus. Ja, ich auch. Ich will nicht schon wieder mit dir zusammenbauen. Nee, du nimmst dir immer das gute Zimmer und dann hast du ein viel größeres und... Nee, 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 das mach ich nicht mehr mit dem Quatsch hier. Das ist so wahr. Das ist wirklich so. Ja, aber weil ich ja viel mehr baue für mein Zimmer. Ist das so? Ja, das ist so, Ronja. Ja, bau dir mal dein eigenes Haus. Mal gucken, wer ein schöneres Haus baut. Oh, ja, warte, warte. Wo holtest du dein Zimmer? Ich baue mein Zimmer. Ich baue mein Zimmer auf die Klippe. Du baust ein Zimmer? Ja, ich mache ein Klippenhaus. Okay. Das ist schwierig, aber ich mache das. Aber ich habe mehr Platz. Ja, das mag sein, ja. Ich glaube, mein Haus wird viel süßer als dein. Also ich weiß, das ist ja ein kleiner Wettbewerb auch. Ja, los, viel Spaß. Au, au. Ich habe aber keine Bausattrieger hin. Woraus soll ich das bauen? Aus Gras oder was? Stimmt, wir müssen Bausachen finden erst mal. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas sonst. Ich habe nur ein Boot. Du kannst hier wohnen. Ich darf ein Boot wohnen? Ja, du kannst hier ein Boot wohnen. Mensch, danke, easy. Ja, gerne. Vielleicht haben wir im Heißluftballon noch irgendwas, oder? Ja, wir können mal nachgucken, ob das was da ist. Dann können wir dann schauen. Genau. Oh mein Gott, das ist so viel Baum reingeflogen. Mann. So ein Mist. Ne, aber dann bauen wir uns ein Haus, würde ich sagen. Scherz mal, dann sind wir hier auf der Insel gestrandet. Das war es mit der ersten Folge von Minecraft Pets. Das ist unser neues Projekt. Das kommt jetzt immer abwechslend auf Easy und meinem Kanal. Bei mir immer Mittwochs, bei ihr immer Samstags, richtig? Minecraft Pets. Minecraft Pets. Und genau, dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei der Easy auf dem Kanal. Und wenn euch das Projekt verfolgt, dann schreibt gerne mal einen Kommentar. Und ja, gebt uns eure Meinung. Das ist immer interessant. Und ansonsten, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Abonniert unsere beiden Kanäle. Macht's gut, tschüssi. Bis zum nächsten Mal.